Ja, ich habe eine Idee. Das sieht erstmal spannend aus. Ich habe da deutlich mehr wie eine Ahnung. Ich kann nur sagen, das wird wirklich ein Kracher. Ich freue mich heute wahnsinnig auf das, was uns erwartet und habe ein saugutes Gefühl dabei. Ich freue mich heute. 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 Ich freue mich heute.